Hey, sehr und Konnitschwa! Hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Super Smash Bros. Brawl Sub-Manminister, mit dabei! Auslander gegen Sonntag sind ich bei Sea of Cloud. Ich sehe viele Wolken. Ja, sehr viele. Kirby und Peach sind auf der Flucht! Und gecrasht. So, wen möchtest... Du möchtest Peach übernehmen, alles klar. Hm. Gut. Okay, ich dachte kurzzeitig, wir haben keinen Sound. So, dieses Level ist eigentlich unnötig, denn man läuft nur durch die Gegend. Ja. Bis zu diesem Punkt hier und dann ist, glaube ich, ein Kampf da. Oder auch nicht? Ja, das war unnötig. Ich glaube, da hätte es einen Parallel machen sollen. Dann hätte ich dich erwischt. Okay. Gut, machen wir das nochmal. Ja. Ja. Gegen eine einzelne Szene nochmal Charakter werden. Bäm. Oh. Warum sammeln wir die überhaupt auf? Wir haben herausgefunden, dass wir die gar nicht brauchen. Ja, wir haben die einfach unendlich. Warum auch immer. Warum auch immer. Ich habe das Spiel noch gar nicht gestartet vorher. Das ist doch bescheuert. Ja, das ist bescheuert. Schei. Äh, ich will. Danke. Nein, wenn ich das weiß, ich will. Äh, ich will runter, danke. Ich will runter. da nimmt die tomate genau nicht so wie nicht so wie gerade ja ich hab's auf zl das schmeißen damit kannst du die zu trophäen machen die gegner genau genau komm her du komischer pinguin okay wahrscheinlich wahrscheinlich hat mein mikro gemeint nö ich übertrag jetzt mal nicht und die musik die 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 erinnert mich irgendwie so an boot fahren so an so mehr du hörst es ja leider nicht sonst würdest du dich ja zweimal hören und das und das wollen wir ja nicht okay hier runter so alter ihr müsst wie ich da na so einmal golf wo wuuu Au Okay, das tat weh Ja Das war jetzt blöd getimed Aha So, ich will aber gucken, was da oben ist Toll, das ist nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen Okay 218% hatte ich Also bin ich bei euch Der Nächste, der fliegt Ja, das Leben, die Geschichte Boah, da kommt einer runter Der kommt ja noch runter Also Au Ein Leben haben wir noch Oh Oh Fuck Was war das mit den Zellen? Ah, nein Okay, wer Wer darf? Niemand Ah, scheisse Hätte ich wieder Breb nicht mehr noch mal weitermachen dürfen Oh, nie, ey Okay Noch einmal Oh, sehr gut Da ist Ist das auf Und auch das da Genau Das stimmt Es ging ja hier lang Oh Schon wieder drauf reingefallen Oh, da ist was an der Seite Ja Ja Ich sehe sie Nein Wie unfair Das ist das für eine Scheisse Das sind einfach brechbare Böden Das habe ich Ich habe gedacht Das wäre derselbe Böden Och, nee Und da wollte Ich wollte das einfach mal Cool kaputt machen So Versuch niemals cool zu sein Dann passiert so eine Kacke Merkst dir Chaos Sehr gut Ah Ich war richtig Ich war nicht vor Ist das da oben ja nur ein Power-Stern ist Das wissen wir nicht Das könnte auch So was wie ein Fragezeichen-Ding sein So was random Ah, doch Okay Okay Jetzt komplette die Stein-Passage Ja, einfach rennen Einfach Durchrennen Geht hoch Danke Ah, shit Au Au Kommt jetzt da Ringer Au Au Ah Gut So Exit 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 Ja, echt Das letzte Mal Dass ich mal froh bin Ein Echse zu sehen Das war doch bescheuert So Okay The Jungle Da ist ja jemand zauert Und wir wissen ja wie Donkey reagiert Wenn man nur eine Banane klaut Der mag das nicht ganz so gerne Der leader of the punch You know him well He is finally back To kick some tail Aber wie Titty Stacks ging weiss ich nicht mehr Äh Nein, ich auch nicht Yeah Ich nehme Ditty Okay So Dann Ich starte indem ich mich auflade Oh no Und Warum Warum Wie hoch ist die Chance Das Zweimal in Bo Ge Minipilz Ist Ich hab Keine Ahnung Bäm 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 Ja, bye-bye Äh Das sind nur Kanonen Ja Okay Und Na wunderbar Aber das eine ist wahrscheinlich ein Secret Wenn man sich da unten schießt Ehm Ah toll Endlich Und Da kriegt man bitte Donkey Kong Freshbacks An einen Donkey Kong Country Serie Ja Was auch schon seit Wie vielen Jahren kein neues mehr kam Ähm Wann In Ähm Tropical Freeze war der Slash Jaja Auf der Wii U Und dann bekam es halt Äh Den Äh Port zur Switch Hm Oh Hinter dem Reifen Da ist nämlich äh Flasche Die äh Hab ich glaube ich genommen Ich wollte einen Goomba als Trophäe haben Aber das wollte nicht Ach so okay Zack Wieso sammle ich die eigentlich noch ein Ich weiß es nicht Äh Aus Spaß an der Freude Ähm Ja Okay Ah da oben Ist es Jop BAM Da endlich Hier du darfst den haben Wow du hast den in der Luft gegriffen Mh Mh So Lavados Wenn Ich Richtig gesehen hab Ich glaube ja Okay Da ist Ah du hast die Brücke hier ausgelöst Ähm Ich würde Was ist da oben? Eine Geheimtür Hopp Nice Und Und Eine für dich Und Noch mehr Ja Dann Nimm die Früchte noch Sehr gut Und Dann können wir von hier wieder verschwinden Jippa Da hab ich einen Baseverschläge Nicht mehr Ah da hab ich einen Goomba Ich hab jetzt einen Goomba Sehr gut Oh Hammer Brüder Au Wo bin ich? Ah da Wow in die Fresse gehauen Oh das kannst du haben Das tut auf jeden Fall dem Hammer Brüder jetzt weh Ja Hopp Ich werde da sicherlich nicht runter gehen Mhm Jedenfalls nicht mit äh Donkey Kong weil der nicht so gut fliegen kann Au Hey Hör doch nicht runter zu schubsen Oh Gott Oh Gott Schon abends mir hat das Schwert wieder aus der Hand gehauen Nein Oh ne Das war jetzt scheiße Oh Finally Gut dass da die Tür war Au Oh freefall Au So Da war eine Tür Ja ich wollte rein aber das Spiel sagte nö du gehst da nicht rein So jetzt Hiermit müssen wir jetzt überleben So wir haben keine Versuche mehr Ich glaube das ist auch relativ egal Weil wir sind der am Ziel Ja Und mich nur dass wir das eine Secret nicht machen konnten Weil der Ziel mich einfach nicht durch lief Ja du musst halt äh den Stick nach oben drücken wenn du an der Tür stehst Hm Ich glaube du standest nicht äh komplett korrekt Hm Oh nein Donkey Kong Der arme D.K. Der arme D.K. Yeah Okay Einmal safe So Back to map Und The plane Und Welchen willst du haben Ja Mach mir mal ab Nehm ich Moped mit Okay Weil immer Mario nur zu nehmen ist halt Langweilig Ja denk dran äh Der Rettungsmove äh Katapultiert dich nicht nach oben dann musst du selber fliegen Hm 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 Ah Du Hop Toll Turn daneben Sehr nice Ah Blöder Sack Ah toll ich hab dir den Ball ins Gesicht geschmissen Wow Seh ich nix mehr Wie du siehst siehst du nix mehr und warum du nix siehst siehst du gleich Hm Hör auf zu tanzen Metal Mario Ah Ah Dumm Hühnchen Rettungsmove Fühne ich das da oben Was ist Oder auch nicht weil die Kamera nicht hoch geht Ah Ah So misstrauisch bin ich bei Spielen Ja da war was Ne Trophäe Ja ich konnt's halt nicht hören weil ich hab halt keinen Sand Ja ich hab's nur gehört nachdem ich sie aufgenommen habe Ah das ja Hey Ich wollte eigentlich das Heighton noch nehmen Ah 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 nur Sticker Hm Oh Schiss Und Ja Sehr gut Ich dachte da oben wäre noch einer gespawnt Hm Okay dann müsste ich was drauf fliegen um da zu sehen ob da noch was wäre Ja machen wir sobald wir So einfach geht das Hm Ähm 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 Äh Noch weiter kann ich nicht Walljumpen Oh doch da Oh das wohnt mich jetzt ey Ja Geh durch Geh durch Komm Oh da kann ich die Tür nicht öffnen Nur du Au Au Du scheiße Ah Oh ich bin irgendwie hochgekommen Ja ich kann die Tür nicht öffnen Okay dann kann das nur ich Ja dann wissen wir wieso das letzte mal dass er funktioniert hat Ich will gerne Danke Danke Darkrai Das nächste Leggy Oh Äh Äh Wow Was ein Bullshit Ich bin da durchgerutscht Hm Äh äh nein Wenn mir das Spiel wenigstens erlauben würde Dass ich selber auch noch Türen öffnen könnte Hätte ich dich so retten können Ja Ne So Gnadenlos Uff Egal Oh nein Final Destination Keine Items Fox only Hm Wir haben jetzt nur noch Master und Crazy Hand Mit 999 Leben Und dann das Vieh am Ende Oh Gott Dessen Namen ich seit heute immer noch nicht weiss Oh Gott Oh Gott Wenig Riesig Eine riesige Bombe neigeschmaßt Ja äh jetzt ich will Oh nimm du nimm du Ja Ich bin ja noch fast komplett geheilt Oh Die Wolke 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 Auch Die Wolke Die Wolke Das ist passiert Alles Irgendwie sind wir durchgekommen Hm Aber gerade noch so Wann Wieder Ja, das hat nicht so unerlich gut funktioniert, Pit. Es war aber eine gute Idee. So, jetzt heißt es safen. Dann werde ich den Part an der Stelle beenden und während wir den Part beenden, werden wir auch mal ein paar Sticker ausrüsten. Das war euer Keanu mit Let's Play Super Smash Bros. Sub-On-Inse mit dabei war rauszonekx80 Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.